Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Like it, Dragon, Ichin. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. An der Stelle erstmal Dankeschön für den Support auf die letzten Folgen. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen und ein bisschen zu pushen, das Video, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr kurz eine Bewertung da lasst. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch. Viel Spaß. Das war's. 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 Die Gegen Virginieh, wasiće dem der Kupfh学tes Dину atoms. thesis tickled Deutsche Masin. Das war's. Das war's. Das war's. Die Korean Laughing depende dem same. Ich möchte mich für diese Kino und Foto machen. Ich habe mich für die Kino und die Kino-Kinnei gesehen. Ich war heute Morgen, der Kino-Kinnei, der Kino-Kinnei war, dass der Kino-Kinnei war. Ich mein Name ist, Furtaka-Schün太郎. Das war's. In Wahrheit, hat er eine große Leuchttelung gefunden. Eine große Leuchttelung? Was ist das? Was ist das? Für das, für das, für das, für das, für das, für das, Ich habe einen Tag gefeiert. Ich habe eine große Herausforderung von Kinnow-Sos. Was ist das? Das ist das Schöne. Die Kinnow-Sos haben eine große Herausforderung. Die Kinnow-Sos haben eine große Herausforderung. Es gibt also den Geschloss. Das ist das Gokschau? Was haben Sie das so? Warte, warten Sie doch mal. Aber nicht so etwas ist das Wommer? Wer zum Kionalbin der Kiong sind, diese Menschen sind übergroßte. Dann sagen Sie, warum Sie es um Gokschau geben? Wenn Sie den Gokschau geben, Wenn es die Kürtel gibt, dann werden die Kürtel-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf. Wir sind auch der neuen Kürtel-Bakuf. Wir haben das Gefühl, dass wir das hier wiederum. Das ist das, was ich. Was ist das, was wir? Nein, wir sind die Kürtel-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf. Höchstwö-Bakuf? Wir sollten die Kürtel-Bakuf wiederholfen. Die Kürtel-Bakuf ist ein bisschen dabei, was wiraha. Wir müssen auch mit dem Kürtel-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf, und dann認為 die Kürtel-Bakuf-Bakuf-Bakuf. Am besten genommen haben die Kürtel-Bakuf-Bakuf-Bakuf-Bakuf nicht gesehen. Was ist das, was ich? Was ist das? Was ist das, was wir tun? Was ist das, was wir tun? Was ist das, was wir tun? Ach so. Wir sind jetzt in der Nähe des Gäste. Ich denke, dass wir uns in der Nähe des Gäste haben. Ich denke, dass wir heute Abend haben, Ich habe auch einen Bericht, und werde ich mit dem Konto wiederummehrung aufsetzen. Unsere neue Konto-Konto werden, heute Abend, beviel sie den Nisirr. Okay, jetzt kommt's der Gefühl. Ich denke, es will sich sehr früh, ja. Wenn wir 40 Leute anstrengen Personen, dann können wir nicht mehr so sein. Es gibt noch etwas, was ich? Ich habe es nicht im filling, sondern es ist egal, wenn ich es einfach abgabe. Obtämmen Sie das so. Ich bin kein Problem mit einem Mann mit einem Schawfen-Konel-Konel-Konel-Konel-Konel-Konel. Ich habe das Geld, aber es ist nicht so, was ich da. Ja, ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich nicht. Die Verhandlung ist, wie ein Mann von Yoshida Toshimaro. Aber ich weiß nicht, dass die Menschen in diesem Plan sind. Es ist schwierig, aber es ist schwierig. Ich weiß nicht, was er sagt, dass sich im Toshimaro, dass bei »Nagai«, »Sasaki«, »Nak岡«, »Nakaoka«. Aber dass... Was ich? »Saito«, »Sai-toi«, 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 Ich glaube, das ist das Problem. Wenn man sich mit dem Yosida Toshimaru holt, dann wird die Hohen geblieben. Ich glaube, es wird das Problem sein. Okay, ich will nicht mehr sagen. Ich will nicht sagen, was ich will. Das ist dann, ich und E.T.O. sagen, wir müssen die Anstrengung für die Anstrengung für die Anstrengung. Herr, das ist wie normal. Wenn wir uns immer anders machen, können wir die Anstrengung für die Anstrengung für die Anstrengung haben. Alter, okay. Ja, wie er sie ja nochmal sagt, die Loyalisten wollen den Palast einzünden und den Kaiser entführen. Hat Naku-Aka wirklich etwas damit zu tun? Dann könnte das übel für ihn in... Ich muss sie finden, vielleicht ist er in einer Herberge. Das wäre krass. Wenn die das durchziehen wollen. Das wäre wirklich krass. Was will er denn hier? Warum steht er so komisch? Heute wird sich zeigen, aus welchem Holz du beschnitzt bist. Was denn? Nimmst du mir den kleinen Angriff auf den Kaiser immer noch übel? Hier und räum bei diesen Loyalisten auf, wenn du kannst. Mach doch selbst, Junge. Ich mache euch alle kalt in einem Schlitzer, Junge. Ein Schlitzer, ihr seid tot, alle. Mann ey, dadurch, dass wir jetzt keine neue Herausforderung haben hier mit den TÜPF, äh... Ähm... Looten. Nimmt mir das ein bisschen Spaß, ey. Ich meine, das lohnt sich, wie gesagt, aber... Es würde sich natürlich noch mehr lohnen, wenn du dafür auch dann irgendwann eine Belohnung hast. Also, so eine Herausforderung. Abschluss schlossen was. Das würde sich natürlich noch mehr lohnen, ne? Ach, der Gemüsejunge steht da wieder. Okay, 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 okay. Dann gehen wir da ganz kurz mal rüber, ey. Eigentlich müsste ich die Sachen mal wirklich verkaufen, die ganzen Teller, ey. So, das kriegen wir mal schnell weg. Weil er sowieso wieder nur Hunger hat auf, äh... Gemüse... Das mag er besonders gerne, ja. Bisher hast du ja auch nichts anderes bekommen. Gemüsezeit! Vielen Dank! Ist halt die Frage, wenn man ihm was anders geben würde, würde man dann schneller Fortschritt machen? Wahrscheinlich nicht, wann. Äh... Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja, los geht's. Aber da haben wir ja auch noch eine Herausforderung. Also, wenn er mich jetzt weit weg trägt, dann ist es in Ordnung. Ne, wir gehen nochmal ganz kurz einmal beten. Wo ist der Schrein? Das ist schon ganz geil, ey. Was denkst du, was er dann gesagt hat? Er rumpft so... Steh nicht hinter mir! Ich dachte, wer bist du überhaupt? Weißt du, was ich meine? Da fährt mal ein. Kennst du noch die Tanakas? Ja, was ist los? Ich hab dir einen... Ich hab dir ihren Witz noch gar nicht zu Ende erzählt. Mir da egal! Was? Sag, Kiko! Ich will dir das schon seit langem mal sagen. Deine Geschichten sind einfach zu lang. Wir sind uns bloß zufällig über den Weg gelaufen. Und ich hab nur Hallo gesagt. Seitdem sind Stunden vergangen und du redest immer noch. Wenn man erstmal ins Gespräch kommt, ist es schwer aufzuhören. So geht es doch jedem oder einfach nicht. Nein, nur dir! Ich hätte darauf hören sollen, was mir alle gesagt haben. Oder sagen. Was? Alle? Wir sind alle. Mit alle meine ich alle. Die ganze Stadt. Es gibt keinen Mann und keine Frau in dieser Stadt, die deine Stimme noch hören kann. Schönen Tag noch. Warte! Komm zurück! Du hast den guten Teil noch nicht gehört. Ach, Mist. Du hast ja mal wieder toll hingekriegt. Nein! Rioma, lass es sein. Äh, lass es sein. Ich fürchte, wenn du zu lang genug quasselst, gibt es dafür kommende Kürzen. Lange Rede. Ja, lass mal lieber. Kein Bock auf die. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Ne. Ach ja, wir müssen ja zur Herberge. Ne, dann macht es jetzt keinen Sinn. Dann sparen wir uns ausnahmsweise mal die Kohle. Was macht denn, äh, Ding ist da, ey. Da stand doch, äh, wie heißt der hier nochmal im Game. Unser Kollege auf jeden Fall. Stand da. Komm doch. Komm doch her, hab ich gesagt. Da. Was macht er hier? Heute Abend lassen wir die Schwerter tanzen. Was machst du, was machst du so ein Gesicht, Hachime? Du hast doch keine Angst vor einem kleinen Blutbad, oder? Die Gelegenheit, so viel auf einmal niederziehen, kommt nicht so schnell wieder. Okay. Warum steht er hier einfach so random rum? Hm? Hm? Miau, miau, miau. Das scheint mir ein gefährlicher Ort für eine Katze zu sein. Hm, sie weiß vermutlich, was sie tut. Oh, nee, oder? Verdammt! Halte durch, ich komme. Ja, die müssen wir natürlich abnehmen. Ja, ich sag ja wirklich von einer Sache in die nächste, ne? Dreckige Katze jetzt. Für eine Katze bist du verdammt ungeschickt, weißt du? Sie ist nicht nur dreckig, sondern auch klitschnass. Ihr arme Kleine. Hier in der Nähe ist der Badehaus. Vielleicht sollen wir uns beide waschen. Na schön, komm mit, Kleine. Ja, okay, bei der Katze machen wir dann nochmal eine Ausnahme. Jetzt schön stillhalten. Hör auf zu zappeln. Ich mach dir doch, äh, nur... Ich mach dich doch nur so... Ah! So, Sintze. Weißt du, man will helfen und dann kratzt sie ein noch. Oder beißen ein. Na also, jetzt siehst du richtig hübsch aus. Auf einmal so ruhig. Sauber gefällst du dir doch wohl auch besser, was? Du bist schon wieder hier. Wenn das dein Lieblingsplatz ist, kann man da wohl nichts machen. Sei nur vorsichtig. Ich hab ne Bindung zu der Katze jetzt. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Geh mal weg hier. Das ist mein persönlicher Fahrer, ey. Wir sind nochmal ganz kurz zurück zum Haus, ey. Einmal beten. Einmal beten, 30 tun. Das ist schon nicht schlecht, wa? Wie sich das gesteigert hat. Das ist schon... Ganz geil, ja. Einmal alles ernten. Yes. Ackergaul haben wir auch bald. Da gibt's auch wieder richtig schön... ...schöne Sachen zum Ausgeben, ey. Mal schauen, was wir uns dann noch holen. Vielleicht mehr Ausdauer oder Inventar vielleicht mehr. Als nächstes. Au, es tut mir leid, kleiner Huhn. Ich schnick's gewollt. Extra hat er gemacht. Ich schnicht. Ey, wie gesagt, ey. Warum haben sie nicht nochmal 500 Töpfe gemacht? Ich hätt die alle gesammelt, wa? Das ist irgendwie, wie gesagt, das ist so ein Gameplay-Flo. Das ist einfach so... Es wiederholt sich, äh, repetitiv ist es ohne Ende ein bisschen. Geht nicht mehr, na? Muss man wirklich mal sagen. Aber, ey, nicht schon... Er steht schon wieder da? Was macht er denn jetzt hier schon wieder? So sei denn ich bin da als erstes, ey. Oh, nee, da. Er steht schon wieder hier. Wie ist es gelaufen? Hast du es gefunden? Na ja, freundlich, Samurai. Ja, danke, ich hab's geschafft. Ich hab einen kühlen Kopf bewahrt und mir den Weg gemerkt. Es hat zwar gedauert, aber ich hab's gefunden. Danke. Nicht so danken, das freut mich. Aber was ist jetzt los? Scheint nicht gut draus zu sein. Bin ich. Dank deiner Wegbeschreibung konnte ich ein paar Lieferungen ausführen, aber ich hab noch mehr übrig. Bei dem Tempo könnte ich, äh, den Ruf beschädigen. Er scheint sehr besorgt. So oft, wie er mir irgendwie mal in den Weg läuft, könnte ich ein wenig helfen. Na schön, vielleicht kann ich ein bisschen Arbeit abnehmen. Wirklich? Meinst du das ernst? Ja, ja, ich lauf viel durch die Stadt. Da könnte ich auch ein paar Sachen ausliefern. Ich danke dir. Dann nimm bitte dieses Paket. Könntest wohl zu Kankishi-san... Okay. Bodenpaket. Ich kümmere mich um die anderen, die ich habe. Kommt, so ne? Okay, wenn du fertig bist. Ja, ja, okay. Sehr gut, vielen Dank. Also gut, ich geh da rein. Jetzt ist die erste aktivierte... ...oder beendet erstmal, der erste Teil. Kius, kleine Hilfe. Okay. Zehn Geschichten absolviert. Was ist mit ihm los? Soll ich ihm helfen, Markus? Ich kann dir nicht helfen. Jetzt musst du alleine klarkommen. Du schaffst es, du schaffst es. Jawohl, kleiner. Gut gemacht. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Schauen wir doch mal. Nicht, dass er schon hier tot liegt, ey. Okay. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Okay. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es. Das ist doch viel, was ich? Du schaffst, als du zu diesem Tag zurückgewegstest. Weil du schaffst es, diese Informationen nicht verhälten und dasselbe. Du schaffst es sich. Du bist bist du hier, der Klisch. Du schaffst. Dann komm mal auf Wettbewerden. Okay. Hm, ja, wenigstens ist er nicht verwickelt Er wird die Nachricht überbringen Ich gebe besser die Kaserne zurück Ach ja, Leute, Leute, Leute Mein Inventar ist voll So, gesegnetes Wasser Das kann ja eigentlich direkt mal reinknüppeln 120, immerhin, immerhin, immerhin Ausrüstung kann man ja nicht zufällig irgendwas besseres bekommen Ne, das ist nicht besser Keine Fähigkeit ausgerüstet Okay, äh, heftig, 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 ja Es ist echt schwer zu Zu ahnen, wer was macht und wer dahinter steckt, wer mit drinnen hängt und so Also dieser, oh, ich kann mir die ganzen Namen nicht merken Aber unser Vize-Anführer hier In der Cutscene Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er da mit drinnen hängt Irgendwas plant, irgendwie, weißt du Seine Spielchen spielt Dann anscheinend der wirkliche Kommandant lebt noch irgendwie Den folternden Wer hat da gefoltert, dieser weißhaarige Oder blonde Typ da Foltert da irgendjemanden Also man blickt da gar nicht durch Komm doch her, ihr Junge Ich bin ein Eheaufstreiter aus, Mensch Dann wird die ganze Zeit so suggeriert Als wenn unser Bruder wirklich so der Böse ist Oder irgendwie auch mit drinnen hängt Aber es kann natürlich auch eine falsche Fährte sein vom Spiel Schwer einzuschätzen Schwer einzuschätzen Aber ich bin echt gespannt Ja, machst du so? Komm her, Junge Die paar Schlägereien, die bringen auch ganz gut Geld Ey, man, ey, hätt' die wirklich das mit den Töpfen gemacht So, hier nochmal ein bisschen was Futter bei dem Für die Bindung zu ihm Und die nochmal ein bisschen was zu steigern hier Ich weiß gar nicht, bring die teuren Sachen mehr Also bring die mehr Tugend Und mehr Bindung zu denen Wahrscheinlich wohl, ne? Aha Ansehen und, ah, also Guck dir gern beim Trinken zu, Mann Okay, beruhig dich wieder, du bist gut gelohnt Komm, ich geb dir einen aus Nein, 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 ich bin bei der Arbeit Ist da nur einer oder willst du nicht mit mir trinken? Nein, 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 das ist es nicht Dann trinken wir, du sollst doch einen Kunden nicht an seinen Wunsch abschlagen Okay, aber nur ein Schluck Ah, mal gucken, was jetzt passiert Tut gut, oder? Ist was? Ah, er ist direkt besoffen Weint der? Jetzt trinke ich wieder, was soll das, Mann? Hey, was ist denn in dich geworden? Er scheint betrunken sehr emotional zu werden Ich hab noch nie gesehen, wie bei jemandem die Stimme so schnell umschlägt Warum bist du so gemein zu mir, Mann? Es tut mir leid Komm, beruhig dich und trinke etwas Wasser, ja? Ah Ah, mein Kopf Entschuldige, dass ich so einen Ärger gemacht habe, Mann Nein, ich hab mich zu entschuldigen Ich hätte dich nicht überreden sollen Erbärmlich, oder? Ein Kneipenbesitzer, der nicht trinken kann Jetzt verstehe ich, warum du dich nicht einladen lässt Tut mir echt leid Sei nicht so streng mit dir selbst Ich werde dich nicht mehr überreden, versprochen Danke, Mann Du bist hier immer willkommen Sehr, sehr nice Tut mir leid, aber ich hab keinen Sarg mehr Komm bitte später wieder Ach, geil, Mann Ach, Leute Ich muss da Hallo Ich will mal beten gehen Was fällt euch ein? Bam Und tschüss In deinem kleinen Unterhöschen, ey Junge, wie er durch die Gegend geschossen wurde Ey, die Pistole ist ja mega Also vor allem, wir haben ja seit Ewigkeiten Alter, was ist denn hier los? Noch mehr? Geil, geil, geil Ähm Wir haben ja schon seit Ewigkeiten Keine Dings mehr überkommen, ne? Eine neue Waffe, meine ich jetzt Das wollte ich die ganze Zeit gesagt haben Ich frag mich, wo mein Ah, ah, ah Komm mal hier, können wir das Paket abgeben Von den Booten Wer bist du? Ich bringe für den Booten an, hier 5000 Nimm ich Vielen Dank Laufbusche 1 Ich sollte den Booten wissen lassen Dass ich diese Rallye nicht habe Ja, komm Weißt du was? Ich gehe direkt zurück Ich gehe direkt zurück Damit ich vielleicht das nächste Paket bekomme Hm Und dann vielleicht nebenbei schon abgeben kann Kommt, kommt, kommt Ich kämpfe gerne Komm, das bringt Geld und Erfahrung Das bringt Geld und Erfahrung Nice Schönes Gesicht zermatschen Und den Schliebel wegballern Mensch, steh doch auf, du Loser, du Die können ja gar nichts Ey, wie gesagt Das prügeln lohnt sich ja Weißt du Aha Ey, du bist doch so ein Goldmann Können ich dich gegen dich kämpfen? Ne, ok Doch, du bist, Alter Ich muss das Nein Ey, wieso treffe ich den nicht? Weil er in einer scheiß Maue hängt Yes Da brauchen wir auch nochmal zwei Stück Mechanische Teile, alter Geil Hey, ich sag ja Das ist wirklich so ein Gameplay-Loop Du hast die ganze Zeit was zu tun Das ist mega, mega, äh, cool Die Roll-Assel auch schon mal weg So, Junge Hey, konntest du die Lieferung ausliefern? Ja, hier ist das Geld Was? Nein, das kann ich nicht annehmen Wenn du aufgestehst Wie läuft's mit den Lieferungen? Ah, ich bin ganz schön fertig Äh, nicht ganz fertig, sorry Ich hab's versucht, wirklich Hm, die eine Lieferung war nicht so schwer Ich könnte ihm nochmal helfen Keine Sorgen Gib mir einfach, was du noch hast Und, äh, ich kümmere mich drum Das würdest du wirklich? Ich danke dir Wo soll die nächste hingehen? Nach Nord Irgendwas kann ich mir sowieso nicht merken Yakishi-san Puh Okay, Nord Irgendwas Verstanden Ich danke dir Die Gebühr für die Lieferung Kannst du wieder behalten Versteht sich Alles gut Komm zurück, wenn du hier fertig bist Ja, ja, machen wir Und tschüss Los, Rinde Okay, äh Wo wollen wir eigentlich jetzt gerade hin? Zur Kaserne, oder? Wollen wir eigentlich die ganze Zeit Hier müssen wir auch nochmal einschreiten Achso, nee Achso, den Bedrohnen ja Ich sah so ein bisschen aus Ich dachte schon Ich dachte schon Ich muss hier ein paar Leute wieder über den Haufen ballern Eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurückgehen Wahrscheinlich ist schon wieder das Zeug bereit zum ernten Weißt du? Oh Mann, ey Und das erhöht natürlich die Beziehung zu ihr Das ist natürlich auch was Gutes Dann können wir eigentlich nochmal direkt gucken Ob wir irgendwas abliefern können Oh Mann, äh Wirklich, das ist ein heftiger Süchtig machender Gameplay-Loop Ich wirklich, also wie gesagt Ich verstehe schon Oh Mann, fünf fehlen noch Aber wir haben trotzdem übelst viel Tugend bekommen Wofür? Was hab ich gepackt? Klasse, Alter Äh, ja Ich kann verstehen, dass die Leute teilweise wirklich in jedes einzelne Spiel 100 Stunden reingeballert haben oder so Das ist schon heftig, ja So, Gurke So, Auswahl beenden Auswahl beenden Jawohl Hier gibt's richtig Hier gibt's richtig Kohle jetzt Das Business floriert Komm mal hier Drei Speisen hier noch Ja, hab ich schön alles schon vorgekocht, hm Dann mach ich hier ein paar andere Sachen rein So, hier zwei So einen, okay Noch was? Nein Alter, Junge Yes Ey, das Business läuft Ja, ja Boah, Junge Oh, yes Oh, yes Das hat sich gelohnt Was kau ich jetzt von der ganzen Sache Ey, 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 ey Boah, das Das Spiel kommt nicht mal damit klar Dass ich hier so viel Zeug hab, weißte Inventar-Erweiterung auf jeden Fall Einmal Und dann würde ich sagen Den Rest Erhöhtes Wachstumstempo Erhöhtes Wachstumstempo Vogelscheuche Spontane Anbau Zwiebeln Ey Ich hab nicht gedacht Dass es so Bock macht Aber es macht mega Bock So Äh Ackerplan Was haben wir denn noch nicht? Irgendwo haben wir Ackerbohne Oh, Junge Jetzt brauchen wir einen Megaplatz Egal, Scheiße Mach einfach rein Rettich Zwiebel Zwiebel braucht auch so viel Platz Warum braucht es so viel Platz, ey Aubergine Noch mehr Was ist hier los, Mann? Jungzwiebel haben wir Spinat haben wir Löschen Löschen Mist Ich würde das Die Jungzwiebel würde ich gerne Am liebsten nach oben packen, weißt du? Shit So Den Rettich Was würde ich da jetzt eigentlich hin tun? Ackerbohne war ja das riesige, ne? Da passt doch gar nichts hin, was wir jetzt neu haben Zwiebel War das Zwiebel überlänglich? Ja Ja, okay Ja, okay Mh Mh Abogine, viel zu groß Doch nochmal eine Möhre und nochmal eine Kartoffel da einfach rein Dass wir das schön auslassen, weißt du? Die Junger haben wir leider nicht Okay, gut Das schon Die Vogelsteuer, Scheiße Wie die aussieht da richtig nice Eieieiei Ach, Mann Das Game macht zu Krass Bock, Alter Ohne Witz Das macht echt zu sehr Bock Gut, gut, gut Okay, wir müssen aber trotzdem jetzt mal langsam zurück in die Kasern Ja, wir können nochmal mit der Katze sprechen Ja, du bist schon wieder mit Schlamm bedeckt Sag nicht, du bist schon wieder in den Fluss gefallen Wie toll, Patsch Ich kann eine Katze sein Na, schön Ja, komm Wieder Komm Machen wir sie wieder sauber Ja, ja, da freust du dich, wa? Warum nicht? Warum nicht? Ist natürlich ganz schillig, dass sie direkt daneben ist Wo wir denn sowieso immer zu unserem Haus gehen Das ist ein hoffnungsloser Fall, weißt du das? Gratzt mich nicht, hörst du? Also, das ist schon besser Ja Suche Zeit Haben wir den Bock, oder? Fall nicht wieder rein Okay, ohne, es geht anscheinend richtig schnell Fall nicht wieder rein Okay, gut Ja, was willst du denn? Willst du mir wieder sagen, dass es richtiges Blutnot gibt? Ja, Jungen, das wissen wir doch schon Hast du doch schon erzählt Ey, die Jungs sind hier gar nicht da, Mann Ich wollte mich eigentlich tragen lassen Wo sind die, ey? Ja, mein Ding, helf mir Holzsacker Aua, aua Was ist los? Ich habe mir beim Holzsacken den Rücken verringt Ah, wer Aber warum noch in deinem Alter Wer noch in deinem Alter Holzsackt, der muss damit rechnen, oder? Was redest du da, Junge? Ich habe schon rausgehakt, da Hast du noch einen Brocksilfe der Mutter? Ja, gehangen Okay, mein Rücken lässt mich am Stich Jetzt hat das Vielleicht ist es an der Zeit, um Hilfe zu bitten Ja, wir machen das Ist aber einer, der nicht nütze hier Auch nur einen Finger für einen alten Knacker Für mich reden würde Sei nicht so pessimistisch Die Leute sind hilfsbereiter, als du glaubst Ja? Na, wie wäre es dann mit dir? Wir? Ja Du siehst aus, als wärst du in guter Form Ich habe ein Euro für potenzielle Holzsacker Ich weiß nicht Erst redest du was von hilfsbereiten Leuten Und dann hilfst du mir nicht, oder was? Na gut Was ist, wenn ich kein Holzsacker? Habe ich auch kein Essen auf dem Tisch, weißt du? Na schön Aber nur diese eine Mal Okay, da habe ich irgendwie Bock drauf Oh, verdammt Ey, du hast mich zum Lachen gemacht Und jetzt schmerzt mein Rücken wieder Ey, meinst du Das wird wieder Mach dir keine Sorgen um mich Du hast Holzscheide dazu Unser kleiner, kleiner Okay, ich mach das Ich brauche etwa 20 Stück Okay Okay, hacke Holz, indem du X drückst Wenn du die Axt hebst Beginnt sie vor Kraft zu leuchten Drücke X, wenn das Leuchten am hellsten ist Um den perfekten Zeitpunkt zu erlangen Je mehr Holz du in Folge hackst Desto schneller wirst du Wirst du, Punkt Du kannst pro Sitzung nur 100 erfolgreiche Schläge durchführen Im Moment braucht auch der alte Holzsacker nur 20 Sei ein guter Junge Und hilft ihm Okay, machen wir das nochmal kurz zum Abschluss der Folge Äh, okay Der Controller vibriert auch in dem Moment Deswegen geht es easy, ey Und wieder eine Herausforderung Rechts oben Direkte Motivation ist noch gestiegen Was? Ey, es hat vibriert Und wird es genau wie vorher auch War wahrscheinlich zu langsam Irgendwie macht es Bock Sag ich euch, wie es ist Ey, ich war zu langsam Wahrscheinlich wirklich Ist doch beleid, Meister Meister, halt, Sucker Okay Okay Nun, du hast Du hast dich immerhin nicht blamiert 100 Stück 100 Mon pro Stück Pro Pro Holzhackstück, oder was? Ja, krass Ist gar nicht mal übel, Junge Danke Was weiß ich zu schätzen Noch Was wirst du jetzt tun? Du musst deinen Rücken noch länger schonen Bevor du wieder arbeitest Ich kann nur so meinen Lebensunterhalt verdienen Wenn ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann Auf wen dann? Es darf nur jemanden gäbe Jemand, der fähig und zuverlässig ist Genau hier Jemand Der gewillt ist, einem alten Mann zu helfen Einem alten Mann mit einem alten Rücken Schon gut Ich hab verstanden Wenn ich mal wieder in der Nähe bin Werde ich noch mehr Holzhacken für dich Du bist so gütig Du weißt, wo du mich findest, Junge Komm vorbei, wann immer du willst Solange mein Rücken noch nicht verhaltest Zähle ich auf dich Oh, die Bindung ist so hochgegangen direkt Okay Okay, nice, nice, nice So Freunde, weiter geht es Ihr habt jetzt wahrscheinlich einen kleinen Cut bekommen Und es ist jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen Zeit vergangen Ihr seht schon Das ist mein neuer kleiner Hund Und es ist ein bisschen was passiert Ich hab privat ein bisschen weitergespielt In der Zwischenzeit Jetzt nicht Story-mäßig natürlich Ist ja klar Ich hab jetzt nicht die Hauptstory weitergezockt oder sowas Sondern hier ein bisschen Aufgaben gemacht Bisschen die Schreine abgeklappert Bisschen hier die Ehre gesammelt Und einige Sachen auch gekauft Also wirklich einige Sachen gekauft Wie ihr seht Ein paar Aufträge gemacht Mit den Kochaufträgen und so weiter Bisschen den Ackerbau vorangetrieben Wie ihr seht Und ja Eigentlich sonst nichts Also eine kleine Hauptstory oder sowas Sondern einfach so ein bisschen Durch die Straßen gelaufen Bisschen mich konzentriert auf die Leistungsregister-Missionen Wie ihr schon seht Hier ja Also ein bisschen Angeln gegangen Töpfe gesammelt ohne Ende Schreine besucht ohne Ende Bisschen was essen gegangen Und so weiter Also nichts Story-mäßiges Das Einzige ist Dass ich mir jetzt den Hund Geholt habe Ja Also wie der Wie das große Vorbild Ihr habt ja sicherlich schon mal von Hashiko gehört Hat er in den Straßen gewartet Auf sein Herrchen War hungrig Ich habe den gefüttert immer wieder Und dann konnte ich den mit nach Hause nehmen Genauso wie diese Katze Aber das hattet ihr glaube ich schon gesehen Oder? Ich komme ein bisschen durcheinander ehrlich gesagt Ähm Nein Ich wollte jetzt nicht Ich wollte jetzt nicht verlassen Das ist immer ein bisschen schwierig Wenn ihr genau hier an der Tür wartet Und ich muss ehrlich sagen Ey das Spiel macht mir so Bock Es macht wirklich so ultra Bock Es ist nichts besonderes was man hier macht Also in dem Sinne von der Wie soll ich sagen Also es ist jetzt nicht krasses Durch die Gegend zu laufen Und irgendwie Töpfe zu sammeln Oder sowas Oder immer wieder zu dem Hund zu laufen Und dem irgendwas zu essen zu geben Das ist jetzt spielerisch nicht überragend Aber irgendwie Ich weiß nicht Das Spiel hat mich so Gefesselt ehrlich gesagt Das ist ein richtiges Highlight für mich dieses Jahr Und ähm Ja was soll ich sagen Und ich hatte einfach Bock In der Zwischenzeit ein bisschen zu socken Und hab das gemacht Und wie gesagt Hier ein bisschen gekocht und so Ihr habt nichts verpasst Ja Ihr habt nichts verpasst Ich hab wirklich straight einfach nur die Herausforderung gemacht Bin durch die Straßen gelaufen Hab ein paar Leute kaputt geschlagen Dadurch gab es dann wieder neue Tugendherausforderung Durch die Gegendrennen Gibt auch Tugendherausforderungen Und irgendwann hat sich das so multipliziert Dass ich da irgendwie 20, 30.000 Tugend hatte oder sowas Und die halt einfach in mein Haus hier investiert habe Und ähm Ich sag euch wie es ist Ey das ist ultra geiles Game Das macht mir mega Bock Ich mach mir wirklich mega Bock Ähm Beten bringt eigentlich gar nichts mehr Weil ich die Herausforderung abgeschlossen habe Ähm Das bringt nur noch Tugend Hühnerstall hier auch ausgebaut Was ein bisschen traurig ist Der Hühnerstall Der niedrigste Rang Der ist genauso groß wie dieser jetzt hier Also nicht so schön natürlich für die Hühner Ähm Auch hier sämtliches Zeug angebaut Bis zum geht nicht mehr Hier seht ihr schon Auch da schön richtig auf Ähm Ding ist richtig schön versucht Die Herausforderung einfach zu machen Einfach die Herausforderung zu machen Ginseng Graber Ihr seht schon Ähm Geil Ein wirklich richtig geiles Game Es macht mega Bock Aber jetzt machen wir die Story Ja Hey cooles Game Cooles Cooles Game Achso Heutzhagen hab ich auch noch gemacht hier hinten Auch das Trick komplett durchgespielt Es ist Story mäßig nichts besonderes Es ist Story mäßig muss man ganz ehrlich sagen Der Typ ist einfach Der hat ein bisschen Rückschmerzen Das haben wir sogar gemeinsam gemacht Vielleicht sogar in der Folge Ich komme ein bisschen durchsender Also wundert euch nicht Sorry dafür Weil es auch für euch ein bisschen durcheinander ist Ähm Aber äh Ja Hatte Rückenschmerzen Ich soll dem helfen Habe ich gemacht Und äh Dann hab ich gesehen Okay Ich muss insgesamt irgendwie 500 Holzblöcke Weckloppen Damit ich die Herausforderung mache Äh Oder bekomme Und dann hab ich das gemacht Ja Und dann kriegst du halt ein paar tausend Tugend Und kannst dir halt Deine Sache kaufen Ja Wie gesagt Das hab ich gemacht Und sonst nix Let's go Auch sowas zum Beispiel Die Leute Den letzten Typen In nem Kampf Mit nem Heatmove Kaputt schlagen Auch da gibt's ne Herausforderung Oder hier Kann man dann Äh Udon verkaufen Auch ein kleines Minispiel Hab ich auch ein bisschen gemacht Ja Wie gesagt Story mäßig Ist Hab ich den Hund gerade getroffen Das tut mir voll leid Mein Gott Was ist denn jetzt hier los Ja Na ja gut Aber jetzt machen wir die Story Warte Hab ich auch schon mega Bock drauf Okay Jungs Wollt ihr Stress haben Mann mit Kapuze Mann steht doch auf Jungs Mit eurem Kleisen Kleinen Windeln Alter Was magst du Was magst du Junge Okay So machst du Ja Okay So machst du Ey Kipp doch nicht immer um Ey Mein Gott Es nervt so krass Das hast du immer umfalle Abgestochen Die Sau So Weg mit dir Du willst in meine Crew Komm rein Komm rein Hab ich nämlich gesehen Gibt's ne Trophäe Die will ich haben Wie gesagt Cooles Game Ihr seht schon Also das hab ich nicht getriggert Ich bin wirklich nur da vorne Bei den Läden hin und her gelaufen Und hab die Sachen abgeklappert Mehr hab ich nicht gemacht Aber das halt dann für 3-4 Stunden Oder sowas Ich bin wirklich Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Moment. Eh? Na? Was hast du? Entschuldigung, Saito-kun. Was ist das? Diese Informationen haben mich und ich verletzten, aber wir haben uns alle geholfen. Also ist das, dass ich jemanden und mich nicht wissen will. Was habe ich verletzt? Ist das viel dabei, als dass du nicht leben wirst. Um und ich bin famous für die Rufe von Karras, Frau. Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht weiß. Ich weiß nicht, dass du dich nicht wissen kannst. Ich weiß nicht, ob du das hier verletztest, was ich nicht? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht zu Ende sein kann, aber ich weiß nicht, warum ich es richtig verletzenehm. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, dass man, was ich nicht weiß. Wenn ich mich nicht mehr überrasCHe, dann kann man das zu sein. Okay, mit den Leuten ist echt nicht zu Spaß, ne? Die sind ja wirklich komplett krank. Matsubara. Ich frage mich, was der Hund zu verbergen hat. Aber ich sollte wirklich bald in die Kaserne zurück. Oh, die arme Sau bleibt ja einfach liegen. Na gut. Was soll ich denn hier tun? Was ist denn hier los? So, eine Misere. Wo finde ich noch einen starken Krieger? Oh, ne, 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 ne. Der sieht stark aus. Meinst du mich? Bist du zufällig ein starker Krieger? Ein starker Krieger? Schwierige Frage. Meiner Erfahrung nach hat wahre Stärke oft wenig mit Kampfwertigkeit zu tun. Ich fürchte für alle. Weißt du mit dem Schwert umzugehen? Oh ja, das kann man sagen. Sehr gut. Ich stehe im Dienst der ehrwilligen Familie Kuramitsu. Wir benötigen dringend einen Leibwächter. Einen Leibwächter? Ganz recht. In dieser Sänfte befindet sich die Tochter der Familie. Kuramitsu Sayoko. Sänftenschuss. Ein gewisser Mann hat ein Auge auf sie geholfen. Der wäre... Er ist Hayakaze und entstammt einer Samurai-Familie. Seit er sich in unsere Sayoko verliebt hat, lässt er nicht von ihr ab. Er hält täglich um ihre Hand an. So oft sie ihn auch zurückweist. Der Stress wirkt sich langsam auf ihre Gesundheit aus. Unsere Aufgabe ist, Sayoko zu einem geheimen Unterstück zu bringen. Klingt ganz gut. Nur leider hat Hayakaze von unserem Plänen Kiyo zu verlassen erfahren. Wissen, dass dies seine letzte Chance sein könnte. Ich schrieb einen Brief. Sayoko, du gehörst auf ewig mir. In Rakugai werde ich dich zu mir holen. Wir wissen um seine Taktiken und erwarten Angriffe. Ich verstehe. Ich bitte dich. Nö! Ich sollte mich nicht einmischen. Okay, verstehe ich. Ja, wenn ich meine Meinung ändere, dann melde ich mich vielleicht nochmal. Jetzt kann ich natürlich den anderen Typen nicht mehr helfen. Nee, wie gesagt, ich will jetzt endlich in die Kaserne zurück. Warum ist das hier eigentlich alles verlassen? Irgendwie wird das von leer jetzt? Leere als sonst, oder? Nehmen wir die Kamera bitte. Das ist halt auch immer ein bisschen komisch Wenn du irgendwie mit irgendwas interagierst Dann verschwinden alle Bösewichte Ich frage mich, wo mein Paket bleibt Warte mal Ah, guck mal hier Hier ist der Kollege, wo wir das Paket abgeben sollen Nice Ja, damit Vielen Dank Sehr gut Hier seid ihr, Jungs Ne, Schweine Was ist hier los? Ah, ist da drüben alles in Ordnung? Nee, weiter gehen, Kollege, Herr Ich hab hier ja schon alle Hände voll zu tun Darf ich fragen, was hier los ist? Zwei dieser Männer haben eine unverzeigliche Schandtakt begangen Und die wäre Moment, du weißt nicht mal, wer von ihnen etwas ist, war? Ich weiß, dass es jemand von diesen fünf Männern war Fünf Männer In Kyo praktizieren wir Kollektivstrafen, wie du sicher weißt Wer eine Kriminaltat verurteilt Für eine verurteilt wird, sitzt seine Strafe gemeinsam ab Doch dann erfolgt ein grässlicher Vorfall Was war ein Vorfall? Dann haben wir meinen wunderschönen Ja, meinen wunderschönen Daifuku Mochi gegessen Auf den ich mich den ganzen Maun gefreut hatte Die anderen Doshi waren oftmals trockliche Zwei Lügen Ja, nee, hab ich jetzt kein Interesse Ich hab's vor allem Warum redest du dich mit ihm? Was würde das bringen? Um ehrlich zu sein, ich bin noch so traumatisiert Von Verlust Dann bleibt mir nur noch als Option die Todesstrafe Junge, bin ich noch durch oder was? Ist doch gut jetzt Nein, ich hab keinen Bock Hier Nein, 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 nein Lass gut sein Also er hat sein Mochi verloren Einer von denen Oder zwei von denen haben sie gegessen Ah, guck mal hier, die Kommi wieder Was braucht sie denn? Okay, alle Mittel haben wir Sollen wir eigentlich dabei haben Das ist doch schön Gut, gut, gut Das ist irgendwie noch so Drinnen, wie gesagt Das Beten bringt nur noch einmal Ein bisschen Tugend Aber keine Herausforderung mehr, leider Wäre natürlich geil gewesen Hätten wir das noch weiter gesteigert Aber naja, gut Hier ist wieder der Junge mit dem Gemüse Ja, ja, ja Du willst Gemüse Das wissen wir auch schon Das haben wir auch schon tausendmal gehabt Äh Ah, hier, komm Hier, nimm den Rettich, Junge Ah, den mag ich besonders Gemüsezeit, Gemüsezeit Schmatz, schmatz, schmatz Vielen Dank, meine Okay Oh, Junge, wie oft muss ich den besuchen, dass ich das abschließe Das ist ja eh Krass Die Jungs hier, ey Wie die immer so lang joggen Ich hab 180 lose? Na gut Gar keinen Bock, das einzulösen, ey Kriegt doch sowieso wieder nur die Geringste Ah, komm mal hier Stimmt, ich glaube, das war so eine Nebemiss, die ich gemacht hatte Das ist einfach so ein Ausländer, äh, Saborei sein will Und halt dafür belächelt wurde von den Einheimischen und so Mehr ist ja auch nicht passiert Darauf hab ich aber Bock hier Okay, let's go Okay, let's go Ich bin der Falle im Zettel. Ich bin der Falle von Ikeda. Es ist ja nicht so, was ich. Ich würde auch einen anderen Seite sagen. Wie soll ich sein? Ich werde jetzt sofort von Kutonshoch und Kutonshoch. Wenn ich die Kaserne verlasse, mache ich mich verdächtig, besser ich bleibe hier. Geben wir das Pack aufmischen. So seid ihr mit euch, Leute. Was, was? Wollte ich Stress oder was? Dieser Angriff heute nach muss gelingen. Wir bereiten uns vor, so gut wir nun können, auch wenn die genaue Strategie noch nicht bekannt ist. Du solltest dich ja auch vorbereiten. Ich bin's in der Mitte von mir. Ich bin's in der Mitte von mir. Also ist das ein Kaserne. Das ist der Kaserne. Ich bin's in der Mitte von den Kaserne. Ich bin's in der Mitte von der Kaserne. Ich werde mich mit diesem Geheimdienst beantworten. Ich habe mich vorbereitet. Saito. Du wieder? Ich habe keine Angst. Der副gericht spricht dich. Komm her. Komm her. Hichikata will mich im Lagerhaus sprechen. Das ist weiterhin in der Kaserne. Ja. Na ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich will trotzdem mal ganz kurz gucken... Ah, guck mal hier, der Spaziergänger. Es ist noch Zeit, wir sind im Angriff. Yoshida Toshimaru gehört mir, ich spüre meinen Blutschirm kochen. Oh, was ist denn hin jetzt, genau? Da, okay. Oh, was ist denn hin jetzt, genau? Oh, was ist denn hin jetzt, genau? Ich will trotzdem noch mal kurz mit den Jungs hier reden, ne? Der ist bestimmt mächtig aufgeregt, gleich 40 Männer an die Hörner zu schicken. Wir sind beide in der Shikukuya-Gruppe. Komm nicht auf die Idee, dich beweisen zu wollen. Und bleib mir aus dem Weg, sonst mach ich mit dir dasselbe wie mit einem dieser Shishi. Tu mal nicht so oft krass, Junge. Kleiner Lappen, ey. Ich bin ja mal gespannt, ob ich wirklich alle noch ausschalten muss, ne? Im Laufe der Zeit oder sowas. Bin echt gespannt, ey. So, nochmal schön Wasser zapfen hier. Schauen wir mal, was er will. Das ist hier, Saito. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich es ist. Ich weiß nicht, ob ich es ist, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hör ich nicht. Mein Mann hat mich nicht. Ich bin dann, dass er auf jeden Fall war. Hör ich nicht. Hör ich jemanden kComm, aber zu mir. Ich glaube, ich weiß nicht. Es gibt nur 40 Personen. Es ist besonders wichtig, dass von Yoshida Toshimaru... ... und auch von Katsura Kohlroh. Also, Theinoamüster kaffee zu den Berg Flügel und der Ablekstiere. Aber das ist bis jetzt die Ablanger. Ein Würger von Zeug aus der Denken zu geringe. Katsura ist auch das Wissenspiel von der Besuch der Zeit. Ich denke, es geht darum, die Ausgang zu fangen. Es ist der quererая Schwäge. Aber wenn du dich verletzt hast, dann kannst du dich nicht verletzen. Ja, ich verstehe. Ist das gut? Katsura und Yoshida. Die beiden sind hier, die du hier bist. Wenn du dich nicht verletzt hast, dann kannst du dich nicht verletzen. Ich weiß nicht, dass du dich nicht verletzt hast. Es ist schon länger Zeit. Das ist doch nicht so, was ich? Ich werde nicht mehr Zeit, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ja. Los geht's, Ichikatan. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, dass ich die neue Reichweite von Thunschuhe komme. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Könnte man jetzt theoretisch hier noch die Mission machen? Ist das eigentlich ein guter Punkt, um ein bisschen zu leveln, so dass man ein bisschen stärker wird? Weil wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer noch nicht so stark bin. Ach, scheiße, mit ihm kann ich jetzt nicht mehr reden. Ach, shit. Bist du lebensmüde? Mist, jetzt kann ich mit ihm nicht mehr reden. Ach, doch, mit ihm schon. Katsura Guru soll ein brillanter Mann sein. Ich neige dazu, da zuzustimmen. Wer flieht, kennt und nutzt seine Möglichkeiten. Sei vorsichtig. Wie kann man denn mit ihm nicht reden hier? Wenn wir Katsura Koguo besiegen, gehen Kushu langsam die Loyalisten aus. Wenn wir ihn aber am Leben lassen, werden wir die Loyalisten nie klemmen bekommen. Wie du bestimmt schon weißt, gehen wir immer getrennt zum Shikoguya. Zusammen würden wir nur die Aufmerksamkeit der Shishi erregen. Ja. Okay. Wollen wir mit ihm auch nochmal reden oder was hier? Ja. Der Vizekommandant hat uns seinen Einsatz befolgen. Also mach das... Sorry, mach, also mach, dass du in Bewegung kommst. Wenn du weißt, was dich als neuer Ding gehört. Du hast doch keine Angst vor mir, oder? Soll ich dir helfen, nicht zu entspannen? Sag's und ich wette, es wird dir gefallen. Äh, Bruder. Lass gut sein, ey. Lass gut sein. Ich bin Saido. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Könnte man denn jetzt wirklich einen machen? Schickt er mich jetzt... Ah ja, ah, okay. Könnte ich jetzt machen, ja. Na. Soldaten, die sich langsam entwickeln, sind auf lange Sicht oft geschultert. Was? Okay. Naja. Gut, äh, Freunde, dann würde ich aber sagen, machen wir das beim nächsten Mal, oder? Also, das hört sich schon nach einer fetten, krassen Schlacht an. Ähm, ich hab ultra Bock auf die Story. Wie gesagt, das Spiel macht mir mega Spaß. Ist echt, echt sehr, sehr, sehr geil, Mann. Echt, für mich persönlich ein richtiges Highlight des Jahres. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, lasst gerne ein bisschen Liebe da für die Videos. Gerne unterstützen, support ist kein Mord. Gerade bei so einem ehrenhaften Typen wie Rioma. Und mir seid ihr auch ehrenhaft. Danke dafür auch. Also, haut rein.